Ich bin Malcolm Ward, Exterior Design Director für Opel. Für mich macht es sehr viel Spaß, jeden Tag mit Design zu beschäftigen. Ich suche nach weichen Formen und scharfen Linien, die harmonisch zueinander finden. Und genau das zeichnet unsere neue Formensprache aus. Es ist jeden Tag eine sehr große Herausforderung, dies in eine einheitliche Designsprache zu integrieren. Das Außendesign ist für mich wie ein perfektes, maßgeschneideter Anzug, der zu jeden Situationen Spaß macht. Mein Name ist Holger Weyer, Chefdesigner im Opel Cross Carline Studio. Mich fasziniert der Aspekt der Qualität im Interior Design, vor allem im Detail. Das heißt also, in Bereichen, die man mit bloßem Auge kaum wahrnehmen kann. Aber gerade diese Detailbereiche sind so wichtig für die Qualitätsanmutung. Wir verbringen eine Menge Zeit, diese Details bis in den Millimeterbereich zu optimieren. Hier habe ich das Sagen. Alles ist perfekt auf mich zugeschnitten. Und auch bei längeren Fahrten setze ich bequem und fühle mich einfach rundherum wohl. Ich bin Ego Tomaschki und arbeite in der Fahrzeugentwicklung. Um technische und auch komplexe Themen alltagstauglich zu machen, sodass jeder Mensch das kapiert und auch benutzen kann, muss man das selber erfahren und man muss es leben. Wenn ich dann mit meinem Insignia losfahre und darüber nachdenke, während ich in die Kurve rausche, wie viele Komponenten da zusammenspielen müssen. Und dann sage ich wiederum, denk nicht drüber nach, genieß es einfach mal. Weil der Insignia, der fährt einfach geil.